Willkommen zurück zum zweiten Teil des CitizenCon Panels Live in the Verse, den ich in mehreren Teilen übersetze. Im ersten Teil haben wir uns die Konzeptphase angeguckt und jetzt schauen wir uns unter anderem die Wolken an. Hier haben wir Sebastian. Der wird uns ein bisschen mehr erzählen über den Cloud-Authoring-Prozess und einige der neuesten Cloud-Technologien. Außerdem wird Maximilian ein wenig über die Erstellung von Geologie sprechen und wie man diese Art von Biomen erstellt. Und zu guter Letzt können wir zu Özlem gehen. Und Özlem wird uns genauer erklären, wie CIG die Konzeptzeichnungen in Spielgrafik umsetzt. Zuerst zu Sebastian, der ist Principal Environment Artist im Planet Content Team. Er wird ein bisschen über die Daten sprechen, die die visuelle Darstellung der volumetrischen Wolken bestimmen und darüber, wie sie erstellt werden. Da er in diesem Zusammenhang von Shadern und Displacement Maps spricht, gibt es hier eine kurze Erklärung dieser beiden Begriffe. Ein Shader ist ein Programm, das auf der GPU ausgeführt wird, auf dem Grafikprozessor. Die Engine füttert über die CPU die GPU mit 3D-Modell-Vertices, Texturen und anderen Informationen und erhält Pixelfarben zurück. Ein Shader kann simulieren, wie eine bestimmte Oberfläche auf Licht reagiert, kann Bilder vermischen, Death of Field, also Tiefenschärfe, Blumen oder die Physikparameter nutzen, um reale Beleuchtung so genau wie möglich zu simulieren, wie es die neueste Generation von Spielen tut. Das nennt sich Physically Based Rendering. Shader befinden sich nicht nur in Spiele-Engines, sondern auch in 3D-Modellierungs- und Rendering-Software. Wo auch immer ein in Echtzeit gerendertes 3D-Modell bearbeitet wird, geschieht dies mittels Shadern. Displacement-Maps Es handelt sich um Graustufentexturen, die auf Objekten abgebildet werden, um auf einem ansonsten flachen Objekt ein echtes Oberflächenrelief, also Erhebungen und Vertiefungen zu erzeugen. Bei Displacement-Maps werden Vertiefungen und Erhebungen Teil der Geometrie des Objekts und verändern daher die Topologie. Da Displacement-Maps ein echtes Oberflächenrelief erzeugen, erzeugen sie somit auch Schatten und Silhouette, um so Unebenheiten, Grate und andere Oberflächenvariationen, die Schatten werfen, zu simulieren, die einer auf Blickwinkel basierenden Verschiebung korrekt folgen. Mit diesen beiden Informationen in Ton und Bild im Hinterkopf gehen wir zurück zur Antwort von CIG. Hi, my name is Sebastian and I'm a principal environmental artist on the Planet Content Team. I'll be talking a bit about the data, that's defining the visuals of the volumetric clouds and how we created. Crusader was our first astronomical object Crusader war das erste astronomische Objekt von CIG, das die volumetrische Wolkentechnologie nutzte, die von Carson Benson und anderen entwickelt wurde. Bei der Arbeit an Crusader haben sie viel darüber gelernt, welche Art von Daten zu welchem Ergebnis führt und was besser vermieden werden sollte. Da die Technologie neu war, brauchten sie auch ganz neue Arbeitsabläufe dafür. Derzeit werden weitere Tools für die Datenerstellung entwickelt, um in Zukunft bessere und komplexere Ergebnisse in kürzerer Zeit zu erzielen. Sie prüfen alles, von einem sehr manuellen Prozess, bei dem jedes Pixel gemalt werden muss, bis hin zu einem vollständigen Verfahren mit wenig bis gar keinen Eingaben des Artists. Und wahrscheinlich werden sie irgendwo dazwischen landen. Das bedeutet, dass das, was wir gleich sehen werden, sehr wahrscheinlich noch geändert wird. Aufgrund der Funktionsweise des Shaders kann CIG entweder willkürliche Daten eingeben und auf glückliche Zufälle hoffen, oder sie können die Daten sehr gezielt einsetzen und festlegen, welche Wolkenformationen in bestimmten Gebieten des Planeten daraus entstehen. Für die meisten Anwendungsfälle gibt es zwei Arten von Texturen, die erstellt werden müssen. Die erste ist die globale Eigenschaftskarte, die bestimmt, welche Art von Wolke an jedem Punkt der Planetenoberfläche verwendet wird. Sie wird auch zur Steuerung, also diese Eigenschaftskarte, der Farbplatzierungen von nicht wasserbasierten Wolken verwendet. Die andere Karte ist für die Definition der Wolkentypen zuständig und hat einen entsprechenden Namen. Mit der Wolkentyp-Map kann CIG die Wolkendichte und die Auswirkungen der beiden unterschiedlichen Wärmetypen steuern, die Noise erzeugen, also Störbilder, die ansonsten recht niedrig aufgelösten Formen detailliert definieren. Die visuelle Simulation der uns umgebenden Natur ist eines der Hauptziele im Bereich der Computergrafik. Die Natur ist jedoch ein sehr komplexer Ort mit unendlich vielen Details. Mit einer Vielzahl von Techniken versucht man sich, dieser unendlichen Komplexität der Natur anzunähern. Der vielleicht interessanteste Ansatz besteht darin, die Objekte und Effekte, die in den Visualisierungen verwendet werden, vom Computer generieren zu lassen, also nicht händisch zu erzeugen. Seit den Anfängen der Computergrafik werden sogenannte prozedurale Techniken zur Erzeugung visueller Inhalte und Effekte verwendet. Prozedural bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Technik algorithmisch ist, das heißt, durch eine mathematische Formel oder ein Stück Code definiert ist. In den Anfängen waren diese Techniken absolut notwendig, da Werkzeuge für Artists praktisch nicht existierten. Obwohl die Möglichkeiten zur Erstellung grafischer Inhalte immer besser werden, bleibt der Bedarf an diesen Techniken weiterhin bestehen. Es gibt viele Aufgaben, die Algorithmen einfach viel besser bewältigen als die menschliche Hand. Heute können wir problemlos fotografische Bilder einbinden und haben Zugang zu leistungsstarken Modellierungswerkzeugen wie vorhin ja auch vorgestellt Houdini. Aber prozedurale Techniken sind immer noch integraler Bestandteil der Computergrafik. Das Erscheinungsbild der Natur ist im hohen Maße zufällig. Aus diesem Grund ist die Noise-Funktion, das Rauschen, eines der wichtigsten Werkzeuge für die prozedurale Erstellung von Grafiken. Kurz gesagt, eine Noise-Funktion ist eine kontinuierliche Pseudo-Zufallsfunktion, die für eine bestimmte Menge von Eingaben den gleichen Wert zurückgibt. Man könnte sie auch eine glatte Zufallsfunktion nennen. Die Funktion kann in einer oder mehreren Dimensionen arbeiten, am häufigsten jedoch aufgrund der Natur der Grafik in zwei, drei oder vier. Es gibt eine Vielzahl von Implementierungen der Noise-Funktion, die sich in ihrer visuellen oder theoretischen Qualität und Rechenintensität unterscheiden. Nur mittels der Noise-Funktion haben wir eine Grundlage und überhaupt die Möglichkeit, die beeindruckende visuelle Vielfalt von Naturphänomenen und Naturobjekten wie Wasser, Sand, Feuer, Steine, Wolken und so weiter überhaupt zu erzeugen. Die Noise-Funktion ist wie gesagt eine reellwertige Funktion und zur Darstellung, das ist wichtig für das weitere Verständnis des Panels, werden immer Bereiche, Zahlenbereiche zwischen 0 und 1 gewählt, in dessen Bereich dann die Pseudo-Zufallszahlen generiert werden, die dann wiederum die Pixel im Fragmentshader verändern und die visuell gewünschten Ergebnisse erzielen. Kommen wir zurück zu Sebastian und der Erstellung der Wolken. Mit der Wolken-Typ-Map kann CIG die Wolkendichte und die Auswirkungen der beiden unterschiedlichen Wärmetypen steuern, die Noise erzeugen, die die ansonsten recht niedrig aufgelösten Formen detailliert definieren. Die Art und Weise, wie die beiden Texturen zusammenwirken, lässt sich am besten mit den Formen einer Vase aus Ton auf einer Töpferscheibe vergleichen und das ist in etwa das, was CIG jetzt tun wird. In diesem Video drehen Sie eine halbe Zylindervase um ein kreisförmiges Muster, das uns eine vasenähnliche Form und einen 3D-Raum gibt. Der große Unterschied zu einer Töpferscheibe ist jedoch, dass Sie nicht nur Daten in Form eines Kreises füllen können, sondern letztlich jede beliebige Form. Mit dem Dichte-Kanal kann CIG steuern, wie dick die Wolke erscheinen soll. Weiße Pixel stehen für sehr dichte Wolken. Schwarze Pixel erzeugen überhaupt keine Wolken. Und dann haben wir noch alles dazwischen. Das winzige Noise hat immer noch winzigen Einfluss, den wir in den Regionen mit geringer Dichte sehen können. Das formgebende Noise und seine Kontrolltextur sind am wirkungsvollsten, wenn es darum geht, das Schattenvolumen in etwas zu verwandeln, das wir eindeutig als Wolken identifizieren können. Wie stark es die Form der Wolken beeinflusst, hängt von der Helligkeit und dem entsprechenden Kanal der Wolken-Typen-Map ab. Durch die Kombination von Dichte und Form, also Shape, Noise, kann CIG alles modellieren, von dichten Wolken bis hin zu weichen Formen und allen dazwischen. Der letzte Kanal, der Wolken-Typ-Map, steuert das Erosionsrauschen, Erosions-Noise. Es hat eine geringere Auflösung als das Shaping, als das formengebende Noise, da sein Hauptzweck darin besteht, eine zusätzliche Ebene mit kleinen Details hinzuzufügen. Normalerweise wird es einfach überall hinzugefügt, es sei denn, man möchte weiche Wolken mit wenig Details. Schwarze Werte fügen Details in der Art hinzu, wie das kleine Noise, winzige Noise angeboten wird systemisch, während weiße Werte das Rauschen, das Noise invertieren und mittlere Grauwerte bedeuten, dass das Noise überhaupt keinen Einfluss hat. Vielleicht bekommen wir jetzt eine kleine Idee davon, wie komplex dieses Wolken-System ist und wie jedes Pixel in jedem Kanal einen dramatischen Einfluss auf das Endergebnis haben kann. Eine weitere Sache, die CRG ändern kann, sind die winzigen Noise-Werte, Füll-Noise-Werte selbst. Standardmäßig wird ein Blumenkohl-ähnliches Noise-Gebilde für die Formgebung verwendet, um diese flauschigen, scharfähnlichen Cumulus-Wolken zu modellieren. Aber wenn Sie es durch ein anderes Füllwert-Noise ersetzen, können Sie abstraktere, größere Formen erzeugen, die auf der Erde normalerweise nicht vorkommen. In Kombination mit anderen globalen Daten erforschen Sie diesen Bereich, um in Zukunft noch ansprechendere Wolken-Formationen zu erzeugen. Aber wenn Sie es durch ein anderes Füllwert-Noise ersetzen, können Sie abstraktere, größere Formen erzeugen, die auf der Erde normalerweise nicht vorkommen. In Kombination mit anderen globalen Daten erforschen Sie diesen Bereich, um in Zukunft noch ansprechendere Wolken-Formationen erzeugen zu können. Diesen Ansatz haben Sie in Pyro 5, einem anderen Gasriesen, weiterentwickelt, was uns jetzt zu einer anderen Verwendung der globalen Eigenschaftskarte bringt. Sie verfügt über einen zweiten Kanal, der in Kombination mit den Kollaborationswerten verwendet wird, um die globale Farbe der Wolken für die physikalisch korrekte Färbung der Gasriesen zu steuern. CIG wird hier augenzwinkernd erzählt, muss sich manchmal zurückhalten, um keine knallbunten Kaubonbons aus Zuckerwatte zu bauen. Es gibt noch viele weitere Einstellungen, mit denen Sie alles beeinflussen können, von der Art, wie die Wolken schattiert und beschattet werden über den globalen Einfluss und die Häufigkeit der Detail, neues Parameter bis hin zu Parametern, die die Ergebnisse, die die Texturen heute liefern, drastisch verändern. Wir Bäcker werden CIG zwangsläufig dabei begleiten auf dem Weg, auf dem sie herausfinden, was die beste Kombination der Einstellungen ist und wie sich diese verändern, wenn sie noch all die geplanten Features dann irgendwann bei Zeiten hinzufügen. Inzwischen haben wir auf der diesjährigen CitizenCon wahrscheinlich schon eine ganze Menge volumetrischer Wolken gesehen und werden wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr sehen. Aus diesem Grund und weil Sebastian immer noch ein Artist ist, überlässt er uns die schlechte Zeichnung einer Katze anstelle von düsteren Wolkenlandschaften. Hi, mein Name ist Max und ich bin Senior Environment Artist bei CIG. Kommen wir zu Max, der ist Senior Environment Artist bei CIG. Er ist Teil des Planetenteams, wo er sich auf die Erstellung von Planeten und deren Assets konzentriert. Er wird uns einen Einblick geben, wie einfache Geländeformen in ein fertiges Biom verwandelt werden. Außerdem gibt er uns einen kleinen Ausblick auf das, was wir in Zukunft erwarten dürfen. Bei der Erstellung eines neuen Bioms werden zunächst die Bodentexturen der Geländegeometrie zugewiesen. Für dieses Forschungs- und Entwicklungsbiom in der Wüste wählte er eine Auswahl verschiedener Sand- und Bodentypen. Für zusätzliche Tiefe und Details hat er die Möglichkeit, Displacement Mapping zu verwenden. Der nächste Schritt ist das Hinzufügen der ersten Schicht von Bodendeckern. In Star Citizen ist Bodendecker jedes kostengünstige Objekt, also nicht-rechenintensive Objekt, bis hin zur Kniehöhe, das keine Kollisionen erfordert und das es ermöglicht, viele dieser Objekte zu verwenden, um ein schönes Maß an visueller Dichte zu schaffen. Hier wird eine Mischung aus Schotter, Moos und trockenem Gras verwendet. Im Anschluss fügt Max etwas größere Objekte in Form von Wüstenbüschen hinzu, um die kleineren Objekte in einen Kontext zu geben und für Abwechslung zu sorgen. Zum Schluss fügt er einzelne größere Felsen und Anordnungen kleinerer Felsen hinzu, die dem Spieler ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wie weit etwas entfernt ist, wenn er über einen Planeten läuft, fährt oder fliegt. Aus Performancegründen verwendet CRG eine Reihe von Einstellungen wie zufällige Rotations- und Skalierungswerte, um so viel Abwechslung wie möglich aus einer begrenzten Anzahl der vorhandenen Objekte herauszuholen und so eine Komplexität zu imitieren, die sich organisch anfühlt und mit der auf der Erde vergleichbar ist. Etwas, das auf den aktuellen Planeten und Monden fehlt, sind massive Felsformationen, die durch technische Beschränkungen entstanden sind. Einige dieser Beschränkungen wurden inzwischen beseitigt. Zum Beispiel sind sie jetzt in der Lage, Assets viel weiter zu rendern. Deshalb haben sie vor kurzem die Forschungs- und Entwicklungsphase während der Produktion des Pyro-Systems gestartet, um Arbeitsabläufe für die Erstellung und Verteilung von Felsen zu finden. Um es gleich vorwegzunehmen, das System befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und ist noch in Arbeit, aber sie wollten uns trotzdem einen kleinen Einblick geben, was uns in Zukunft erwartet. Die Herausforderung für CRG wird sein, herauszufinden, wie sie diese Objekte aus allen Blickwinkeln so gut wie möglich aussehen lassen können. Wenn ein Spieler zu Fuß auf diese Objekte zugeht, müssen sie genauso gut aussehen, wie wenn ein Spieler beschließt, sein Schiff auf dem höchsten Punkt einer Klippe zu landen. Aber das Team freut sich darauf, Star Citizen einen noch epischeren Maßstab zu geben. Und zuletzt geht es zu Özlem. Özlem ist Teil des Organic Teams. Und die möchte mit uns ein wenig darüber sprechen, wie CRG die verschiedenen Biome auf Pyro 3 aufbaut. Pyro 3 ist ein Planet mit sehr unterschiedlichen Biomen. Es gibt zum Beispiel das gelbe Moosbiom, das einen starken Kontrast zu den dunklen vulkanischen Regionen bildet. Es gibt eisige Gebiete, Polarfelder, Säurefelder, verschiedene Küstenlinien und vieles mehr. Wenn CRG an einem Biom arbeitet, schauen sie sich als erstes die Konzeptzeichnungen an. Sie machen eine Aufschlüsselung aller Elemente, die sie brauchen, um die Szene zu erstellen. Auf diese Weise erhalten sie mehr Informationen darüber, welche Art von Felsen und Vegetation sie benötigen. Die Proportionen der Assets im Verhältnis zum Charakter, die Verteilung und Häufigkeit dieser Assets auf dem Planeten, aber auch die Menge der Abdeckung pro Biom auf dem Planeten. Und sie können auch Informationen über die Farbpalette, die Geländefarben und die Verteilung der Küstenlinien erhalten. Das Letzte, was sie aus dem Konzept ersehen können, sind Assets und Bodenmaterialien. Aus Leistungs- und Zeitgründen wird auch versucht, die Anzahl der Asset-Pakete zu reduzieren. Anstelle von 50 einzigartigen Felsen können sie mit dem prozeduralen Streusystem von CRG dasselbe Ergebnis mit nur drei Felsen erzielen, da die Assets zufällig skaliert und gedreht werden. Nachdem alle notwendigen Elemente festgelegt wurden, beginnt CRG mit der White-Boxing-Phase. Das bedeutet, dass ein sehr schnelles Mock-up der Szene mit sehr einfachen Elementen erstellt wird. Die White-Box-Phase sollte nur die Form und Farbe des endgültigen Objekts darstellen. CRG macht das, um zu sehen, ob die Aufteilung der Assets, die sie vorher gemacht haben, auch im 3D-Raum funktioniert. In diesem Stadium des Prozesses können sie immer noch das gesamte Aussehen der Szene ändern, wenn ihnen das Ergebnis nicht gefällt. Sie können sagen, lass uns die Felsen fünfmal so groß machen oder blau statt rot und so weiter. Oder sie stellen fest, dass sie etwas über ein bestimmtes Objekt recherchieren müssen, um es visuell lösen zu können. Das war zum Beispiel bei dem Moos der Fall. Bei der Forschung und Entwicklung des Mooses haben sie verschiedene Formen und Größen ausprobiert und mussten auch herausfinden, wie sie die Moos-Auswüchse, die das gesamte Mesh-Bedecken, umsetzen können. Um den Arbeitsablauf für das sich ausbreitende Moos etwas zu vereinfachen, hat CRG Houdini benutzt, um das Moos prozedural zu verteilen. Andernfalls wäre es zu zeitaufwendig gewesen, jeden einzelnen Moos-Strang von Hand zu platzieren, da es mehrere Tausend davon gibt. Nachdem sie herausgefunden hatten, wie sie diese Aufgabe mit Houdini lösen können, gefiel die Gesamtform des Mooses ihnen aber nicht, da es ein bisschen zu klumpig und gelb war. Sie wollten etwas, das ein bisschen natürlicher aussieht und sich besser in das Gelände einfühlt. Also gestalteten sie stattdessen einige Felsen mit einer Moospflanze drauf. Sie brachen die Moosform noch weiter auf, weil sie ein bisschen zu flüssig aussah und fügten verschiedene Moosarten hinzu, um etwas mehr Abwechslung zu schaffen. Am Ende kamen sie mit all diesen Dingen zu einem Ergebnis, mit dem sie zufrieden waren. Die übliche Herangehensweise beim Einrichten eines Bioms ist, zuerst mit den größten Elementen zu beginnen und sich dann zu den kleinsten vorzuarbeiten. Das Moos, als Beispiel dafür genommen, fügt man zuerst die größten Elemente ein und fügt dann die jeweils kleineren Elemente ein, um ein schönes Gefälle zu erzeugen. Und dann fügt man flaches Gras hinzu, damit es besser auf dem Terrain aussieht. Aber zum Abschluss wurde ihnen klar, dass sie etwas Größeres brauchten, um die Elemente näher zusammenzubringen. Also beschlossen sie, auch noch etwas hohes Gras hinzuzufügen. Die letzten Schritte sind das Hinzufügen von Bodendeckern wie kleine Steine oder winzige Moos. Und wie wir sehen, muss CRG beim Bau eines Bioms viele Iterationen durchführen, um das beste Bild zu erhalten. Thank you for watching. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 »KERINGso 합니다« ZDF, 2020 »KERING Untertitelung des ZDF, 2020